Hallo liebe YouTube-Gemeinde, ich bin euer Zockhauf und wir sind zurück bei The Witcher 3, baby. Ähm, letztens bin ich hier gestorben. Jumping! Komm schon! Jetzt kann er wieder nicht springen. Jump! Und ich weiß nicht, ob wir es nochmal versuchen sollten. Ich denke nämlich nicht, dass das so klug wäre. Was ist denn hier? Ohoho, baby, was hast denn du? Er hat Handschuhe! Oh, läuft! Vielleicht haben die eine bessere Farbe. Nein, haben so Kackfarben. Äh, die sind schlechter, oder? Mal gucken. Ah, oh, machen wir Schaden, ne? Minus 1. Zerschmettern. Äh, wir nehmen die. Die gucken einfach besser. Was mit dem Hemd? Oh no, das ist ja nix. Kann man doch nicht. Ich hätte gern... Oh Gott, ich hätte gern eine Rüstung. Ich würde gern besser aussehen als jetzt da. Ich hab's ja... Oh, aber ich hab's ein sexy Bart. Ein sexy Bart ist gut. Oh oh. Welche Stufe? Ne, ich denke, ich hab nicht die geringste Chance. Ich brauch mein Plötze. Ich brauch mein Pferdi. Wir gehen hier hört. Wir hauen ab. Wir hauen ab, Leute. Wir hauen ab. Ich hab hier nicht die geringste Chance. Los, Plötze! Fünf! Achso, das sind Wölfe. Ja, die sind easy. Wölfe sind easy. Wölfe sind easy. Aber egal. Wir machen das jetzt schnell. Uns fehlt nicht mehr viel zum Aufsteigen, denke ich. Ein paar Kills noch und fertig. Dann gucken wir hier rein, ha? Was ist da? Servus, ich bin Geralt. Wie find's der Geralt? Mach langsam. Na, was jetzt? Langsam oder komm schon? Einfach durchhalten, ist mir voll egal, ne? Ich bin eh falsch. Ich bin vollkommen falsch. Komm schon! Plötze. Das ist auch ein Meter. Aber das ist wieder so sexy an dem Spiel. Ich mein, du kannst hier... Wow! No, no, no. Plötze, Plötze, Plötze! Mach keinen Blödsinn! Kannst du nicht rückwärts laufen? Okay, Plötze ist im Eimer. Plötze! Okay. Das war's mit mir, Plötze. Plötze bleibt hier! No! Verdammt! Servus! Bauer! Gut, Plötze bleibt hier. Kaufen und reparieren gibt's nix. Ich würde gerne mehr entdecken. Höhlen und so ein Blödsinn. Aber wenn ich auf dem Weg bleibe, glaube ich, entdecke ich nicht viel. Oder? Gehen wir mal auf Entdeckungsreise, ne? Oder hinten ist ein Ghoul, oder? Was ist das? Das ist doch ein Ghoul. Nur welche Stufe hat der Typ? Wenn der Stufe 9 ist, bin ich im Eimer. Stufe 2. Ja, easy. Schnitzel, hätte ich gesagt. Oh, das war Stahlschwert. Falsches Schwert. Komm her, Ghoulie! Komm doch! Bleib hier stehen, habe ich gesagt. Und... Zacki! Zacki! Ja, komm, ich möchte leveln, Ghoulie! Ich muss leveln. Kommen die anderen? Zur Unterstützung? Wow! Außerdem habe ich den falschen Zauber in der Hand. Merke ich gerade eben. Wurst! Komm schon. Kommt näher! Ich bin's, der Witcher. Ich bin der Hexer. Von Riva. Und breit, Ghoulie! Brenn! Ich sollte mir einen Schutzschild verwenden, oder? Wenn ich so schlecht bin. Ich glaube, ich wäre nicht schlecht. Warte, wir machen ein Schutzschild. Boah! Hier hat er gesessen, mein Freund. Wie lange haltet der Schild jetzt? Das ist die Frage. Nicht lang, oder? Okay, ein paar Sachen ist gut. Denkt, der Schild haltet nicht lang. Da ist noch wer! So, ich habe ein Schild. Läuft. Du kannst mir gar nichts hier am Schild. Komm her, Ghoulie! Ha! Hast du gedacht, ne? Zaki! Erledigt! Erledigt habe ich dich! Ziemlich easy sogar. Ja gut. Dann gehen wir. Ne, Moment! Moment! Nur kurzen Moment, please! Ich habe hier doch noch... ...ehm, Charakter. Man kann... Ich kann doch, ich kann doch, ich kann doch, ich kann doch. Der Schild ist doch gar nicht so schlecht. Da. Na, warte mal. Der Quen-Shield stößt Gegner zurück, wenn er zerbricht. Ausdauerregel in Kampf plus 5. Wieso eigentlich nicht? Okay. Und dann... ...tun wir das da hin. Perfekt. Und im Kampfe... Ah! Ach Gott, kostet so viele Punkte. Was ist denn? Okay. Ui. Ne, lass mir das mal. Das passt schon. Ich denke, das passt schon. Ich arbeite jetzt mit dem Quen-Shield. Quen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich gerne mehr entdecken. Oh, da sind viele Feinde. Oh, da sind viele Feinde. I'm so sorry. Wir müssen speichern. Hier sind viele, viele Feinde. Ach so. Ja, ich denke, da brauche ich nicht wirklich viel Angst haben. Zacka. Ist das Schild jetzt futsch? Wo erkenne ich, dass das Schild weg ist? Weil ich Lebensenergie verliere, aber dermaßen viel. Das ist Wahnsinn. Schild hält nur zwei Treffer aus, oder wie? Oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Wow, Glück gehabt noch. Nochmal Glück gehabt. Jetzt ist er wieder weg. Gut. Noch kann ich ihn nicht laden. Noch immer nicht. Noch immer nicht. Aber jetzt. Gut. Quen-Shield ist wieder aktiv. Perfekt. Gut. Der Schild ist gut. Den müssten wir skillen, Leute. Noch mehr skillen. Zack. Jetzt ist er weg. So, jetzt haben wir ihn wieder. Perfekt. 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 Läuft auch ziemlich gut für uns. Okay, solange mich so ein Dingsbums da umgibt, Dingens da, habe ich den Schild aktiviert, ne? Gut, stecken wir mal die Waffe weg. Ja, finde ich sexy. Richtig sexy. Richtig sexy. Gut. Gut, wir meditieren, damit ich wieder volle Lebensenergie habe. Bis. So, ja gut. Alles gut. Gut. Perfekt. Das war gut. Irgendwo Feinde hier? Ja. 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 Nichts. Nicht wirklich, ne? Ein bisschen, ein paar Blumen. Das brauche ich nicht. Feinde sehe ich jetzt keine. Nun gut. Nun gut. Dann macht der Zocki weiter. Ich müsste echt, ich bräuchte echt, ich will eine bessere Rüstung haben. Ich finde, ich habe Optik. Kacke. Den Bart finde ich cool. Ich finde es richtig cool, dass er wächst. Nur Optik ist kacke. So, Feinde hier? Ja, hier unten. Hier unten. Gut. Wenn da Feinde sind. Wir gehen trainieren. Wir kämpfen uns durch die City. Durch die City. Ja, läuft. Wir prügeln uns durch die City. Die Frage ist, was seid ihr? Banditen. Oh, da reicht ein easygoing Stahlschwert. Quinn. Wow, es ist weg. Quinn ist weg. Wow. Komm schon, lad dich auf, lad dich auf, lad dich auf. Ja. Perfekt. Dann halte ich aber nicht viel aus. Das ist das Problem. Aber die snagge ich schon noch. Stufe 7 Banditen. Tja, easy. Läuft bei mir. Banditos. Keine Angst. Zacki. Und tschüss. Du fliegst jetzt. Wow. Ohoho. Servus. Bandito. Das siehst du. Kannst mir gar nichts. Ha. Nochmal Queening. Und Schlag. Perfekt. 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 Oh, was hat der? Streitkolben. Tja, glaube ich nicht, dass ich das benötige. Ah, wo ist er? Da. Ah gut, ich kann hier meine Rüstungsheber reparieren, oder? Ne, es läuft auch. Der hat nicht viel Kohle. Da ist eine Höhle. Da unten ist eine Höhle. Bevor wir da runtergehen, müssen wir unser Inventar reparieren. Gut, wir nehmen natürlich die Sch... Was mache ich denn für ein Blödsinn? Das ist Rüstungsreparaturset. Ja gut, dann reparieren wir das hier und das hier, ganz wichtig. So. Das ist ein Waffenreparaturset. Jetzt ist die Frage, welche Waffe habe ich da? Die macht 81 bis 99. Die gehört repariert 36 bis 44. Sonst habe ich keine bessere mehr, oder? Ne, ne, ne. Ne, gut. Dann Waffen reparieren. Du bist, glaube ich, ziemlich im Eimer. Was ist das? So. Jein. Es passt so halbwegs, ne? Besser ging es nicht. Okay, wir speichern und gehen in die Höhle, Leute. Ja, wir gehen jetzt direkt mal in die Höhle und snaggen. Was ist da unten? Was sind das für Viecher? Mal gucken, ne? Brauche ich aber mal ein Silberschwert. Stufe 6. Müsste ich hinbekommen. Gut, gut. Oh mein Gott, was sind das für Viecher? Nektar, Necker. Wow, wow, voll von hinten. Du bist ein Stück. Ah, Quinny. Oh no. Ach, läuft so gar nicht gerade eben. Gut. Oh Gott, oh Gott. Komm schon. Wenn da mehr von euch in der Höhle drin sind, bin ich im Eimer. Zack. Gut, kämpfen wird ja schon lang, halbwegs, ne? Ha! Ah, kannst mir gar nichts, mein Freund. Was hast du Schönes für mich? Kleines grünes Mutter gehen und... Neckarklaue. Neckarauge. Kann ich wieder irgendwas brauchen? Bestimmt sogar. So. Neckarklaue, Neckaraugen. Wir könnten schauen. Alchemie ist doch... ...wichtig. Ähm... Tränke. Die Wirkung. Er hört an. Bapp, 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 bapp. Kritischer Treffer. Das würde ich gerne herstellen. Öle. Öle sind doch auch wichtig. Okay. Ja, aber ich kann nicht wirklich was herstellen. Das ist jetzt blöd. Ich will da nicht mit so wenig Lebensenergie rein jetzt da. Oh, da ist noch so ein verkackter Neckartyp. Okay, wir speichern. Ah, sorry, Leute. Ich bin... Ich brauche so eine Schnellspeicherfunktion. Oh, komm her. Komm her, du Stück. Komm her. Hast du mich schon gesehen, ne? Ah! Ja, so. Ja, so. Komm schon. Komm schon. Das war fast gut. Fast war es gut. Nur fast. Leider war es nur fast gut. Blaues Muttergehen. Das ist für... Dingens, ne? Für... Wow, Glanzwaffe. Oh, ja. Ja, ja, Waffen-Ding. Läuft super. Schema. Läuft. Neue Waffe. Neue Waffe. Und Schema. Ja, Schema ist mir wurscht. Waffe ist wichtig. Ich speichere schon wieder. Das war jetzt unabhängig. Aber egal. Mach's trotzdem. Ich wollte ins Inventar gucken. Neue Waffe. Sorry, Leute. Ist nicht so spannend, ha? Macht nichts. Hier ist es. Die. Läuft, Leute. Läuft. Die nehmen wir natürlich. Natürlich. Und? Rüstung. Da war's Waffending, oder? Waffenreparatur setzt. Zack. Läuft. Oh, yeah. Oh, yeah. Ganz alles wieder repariert. Sexy. Gut, wir gucken hier in die Höhle. Aber da ist noch nicht Ruhe. Was ist denn jetzt? Gewöhnlicher Gegenstand. Wo spinnen wir denn alles? Da, was haben wir hier? Gut. Habt ihr auch noch was für mich? Nein, ihr habt's nichts mehr, oder? Ach, die Hunde. Leute, ihr könnt doch keine Hunde killen. Jetzt die Frage. Trauen wir uns hier rein? Oder noch nicht? Oder wir machen das so. Ich muss da mit voller Lebensenergie rein. Anders geht's nicht. Was war jetzt? Was denn? Wem hast du hier gesehen? Ah, gut. Wir haben wieder volle Lebensenergie. Er ignoriert mich einfach, was ich nicht so toll finde. Aber, dann kriegt er halt ein paar Kloppe. Mein Freund, mein Schwert ist jetzt viel stärker. Nur, wenn du nicht ausweichen würdest, würde ich dich snaggen und fertig. Gut, fertig, gut. So, was hast du für mich? Hast du was für mich? Ja, diese Kakaugen und so. Was ist das? So, hab ich schon. Ja gut, Leute. Dann. Der Schisser speichert wieder. Und wir snaggen hier die Höhle. Ah, ah, ah. Was ist das? Nehmen wir alles mit. Habe ich eine Fackel noch? Inventar? Ah, ah. Wenn ja, wo war die Fackel? Okay, das ist so wurscht. Ausrüstung. Ich habe keine Fackel mehr. Das ist blöd. Ich hoffe, es ist hell genug hier drin. Dann lassen wir das Ding jetzt. Ich habe keine Angst. Aber ihr schon. Wie ihr wegläuft von mir. Kommt doch. Wow. Wow. Mehr hast du nicht drauf. Mehr hast du nicht drauf. Oh Gott. Ihr habt zu viel drauf. So, passt. Perfekt. Läuft. Zack. Zack. Ha. Ach, dachtest du? Dachtest du wirklich? Du kannst mich so snacken? Niemann. Niemals, mein Freund. Niemals. Zack. In der Luft noch. In der Luft noch erwischt. Schon verdammt nochmal. Du bist die Mutter der Mütter. Verdammt, verdammt. Ich bin gleich tot, Leute. Ich bin gleich tot. Wegrollen. Wegrollen. Das ist die Wiese. Nur nicht erwischen lassen. Nur nicht erwischen lassen. Nur verdammt. Verdammt. Ich komme nicht mehr weg. Ich komme nicht mehr weg. So, perfekt. Ich bin tot. Leute, läuft. Ich bin tot. Verdammt. Gut, na gut, na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Wir versuchen das wieder. Wir versuchen das einfach wieder. Diesmal gehen wir die Sache etwas mit Konter an, oder? Ich denke, es sollte ich tun. So. Krieger. Stirb. Na, wer soll sterben? Was, was machen die jetzt da? Formieren sie sich? Was tun sie? Einer nach den anderen, please. Alle sind zu viele. So, perfekt. Und wegrollen. So. Zack. Schlagen. Wegrollen. Wegrollen. Kann ich nicht nutzen. Ich brauche mehr, mehr Energie. Wegrollen. So, perfekt. Wegrollen. Zack. Und wegrollen. Wegrollen. Ah, ich kann nicht rollen, sobald ich ein Schutzschild habe. Okay. Oder? Konnte ich rollen? Keine Ahnung. Ist mir auch im Wurst jetzt. Wir müssen das klüger angehen. Das sind zu viele Gegner. Verdammt. Wow. Zum Glück kann er gut kämpfen mit dem Schwert. Wir müssen das ungefähr so machen. Anders geht's nicht. Ich habe eh schon wieder viel zu viel Lebensenergie verloren. Ich kriege das. Ich kriege das. Oh, verdammt. No, 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 no. Das sind einfach zu viele, Leute. Einfach viel zu viele. Nein. Ich bin gleich wieder tot, Leute. Gleich bin ich wieder tot. Einfach futtern, futtern, futtern und draufhauen. So. No. Und tot. Und tot, Leute. Und tot, und tot, und tot. Komm schon. Einfach jetzt nur nicht erwischen lassen. Nur nicht erwischen lassen. Einfach abhauen. Nur nicht erwischen lassen. Lebensenergie auffüllen lassen. Und perfekt. Läuft dann so. So. Kloppen wir noch ein bisschen Fleisch. Wow. Verdammt. Jetzt hat er mich erwischt. No, jetzt stecke ich da fest. Nein, nein, nein. Das ist dumm. Da ist eine Truhe. Ich muss es überleben, Leute. Da ist eine Truhe. Läuft. Braucht die Truhe. Fahr mal rollen. Oh mein Gott. Ich habe noch nicht mal einen gesnackt. Dann machen wir mal einen weg. So. Einer ist weg. Läuft. Und tschüss. So. Passt. Noch einer weg. So. Noch einer weg. Und der andere ist auch gleich weg. Und zack. Da ist noch einer. Zack. Zack. So. Einen gibt es noch. Und wenn er nicht kommt, dann ist gut. Warum kommt er jetzt nicht? Trink mal kurz eine Wasserflasche. Warum kommt er nicht? Wow. Da ist er. Der war im Boden versteckt. Ah, ist der verrückt. Er kann mich noch nicht erschrecken, Junge. Und alle erledigt. Sexy. Gut, dann müssen wir speichern. Ich habe jetzt zu viel Fleisch und Tränke verschwendet, vergeudet. Aber es waren doch ziemlich viele Gegner. Höheres Level. Also, ne. Doch nicht gerade so easy. Neckarblut. Handwerker. Okay. Neckarblut ist für was? Heilt das mich? Da bin ich happy, wenn es das tut. Oh, kleines blaues Muttergehen. Aha. Na gut, das nehmen wir auch noch. Da ist die wunderschöne Truhe. Was ist hier drinnen? Ah. Das ist nicht wichtig. Sonst gibt es hier echt nichts. Oh gut, hier sind auch noch Truhen. Perfekt. Baumwolle. Wow. Wow. Rostiges Schwert. Okay. Wurscht. Aber da. Das ist sexy. Und Kohle. Läuft richtig gut. Was ist hier oben? Was haben wir hier? Aha. Leere Flasche. Kann ich die auffüllen? Wir gucken uns kurz das Schwert an. Das ist immer wichtig. So Ausrüstung, die interessiert mich ja. So. 34 bis 42 Schaden. Stahlschwert. Das ist blöd. Aber 34 bis 42. Und was hat meines? Ja, das ist ja besser. Dann rüsten wir bitte das aus. Obwohl das ein bisschen mehr Schaden macht, oder? Das ist Wahnsinn. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Was ist das? Runenstein. Meines Schwertes platziert, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Rüstungstuch. Boah. Läuft, Leute. Läuft. Das ist gut. So, was hat das drauf, ne? Vitalität plus 50. Gut, wenn ich... Das jetzt da... Ach, wie war denn das? Das war bei Alchemie? War das bei Alchemie? Inventar? Nö, nö, nö. Jetzt bin ich wieder im Inventar. Ach, Leute. Ich hab's vergessen. Ja, da werde ich mich mal so alleine darum bemühen und beschäftigen und wie das ging. Denke ich. Ich denke nicht, dass wir da schon fertig sind. Da ist doch noch ein Feind. Das ist draußen, nehme ich an. Gut, aber da oben. Ich bin definitiv noch nicht fertig. Oder bin ich von hier kommen? Ne, was gibt's hier noch? Gibt's hier noch was? Außer Feinde gibt's hier nix mehr. Gut. Okay, dann sind wir doch fertig. Gut, läuft super. Supi. Supi war das. Und dann weiter. Dann darf es weitergehen. Was haben wir hier? Schon wieder ein Gegner. Ist hier aufhe... Kohle. Gut, das ist... Ich nehme immer alles mit. Ich werde es irgendwann mal brauchen können. Ein Typ auf dem Pferd. Hier sind Feinde. Hier ist ein Händler. Das ist ein kleines Dorf, oder? Oh mein Gott. Achso. Oh gut, ich dachte, das wäre so ein riesengroßes Vieh. Du bist mein Feind, oder? Stufe 7. An-Sneaken, an-Sneaken. Und kämpfen. Komm runter hier. Komm doch hier runter. Komm runter. Oh Gott. Ich schubste dich von deinem verkackten Pferd und spiel mit deinem Kopf irgendwelche Spiele. Ha! Pferdrehen weg. Pferdrennen weg. Pferde tue ich nicht. Aber gegen Banditen habe ich ein Problem. Oh, mit Banditen... Oh, ja! Finisher! Finisher! Läuft! Läuft! Was hast du schon jetzt für mich? So eine Kackkeule immer. Und da rollt der Kopf! Gut, Leute. Gut, wir speichern. Ich muss immer speichern, denn es ist wirklich so, dass das Spiel einfach hammerhart ist und keine Rücksicht nimmt auf dein Level und nichts. Gut, dann der Nächste. Ah, das ist auch auf Stufe 10. Du bist ja irre, nackter Mann auf Stufe 10. Du bist der Anführer hier, oder? Ich hoffe, deine Freunde kommen jetzt nicht. Oh, du hast sie schon gerufen. Du hast sie schon gerufen. Sind die auch alle Stufe 10? Nein, die sind 9. Gut, ich lege mich an mit einer auf Stufe 10. Oh, warte. So. Also erst einmal den Schelf kalt machen, dann rennen die anderen eh weg, oder? Nur nicht ruhig stehen bleiben. Nur nicht schlagen lassen, das ist wichtig. Patz, patz, bang, Ende, zacki, boom, boom. Leck mich, du bist tot, mein Freund. Du wirst sterben, aber sowas von. Nackter Mann, er glaubt, er hat's drauf, ne? Nackter Mann. Nur nackter Mann. Ich erledige ihn. Oh Gott. Jetzt wird's schon bösartig. Komm schon. Komm schon. Ich lass ihm einfach nicht zuhauen. Das ist der Trick. Oh mein Gott, der kann echt einstecken. Läuft. Abgehackt den Kopf. Abgehackt. Du hast bestimmt was sexy Gutes für mich. Ein Langschwert. Gut. Gut. Einen weniger. Den sind wir los. Und warte, wir trinken kurz Wasser. Jetzt sind hier die Wölfe. Boah, wo hab ich den hingeprügelt? So weit weg. Ich bin so weit weg geprügelt. Das ist ein Wahnsinn. Siehst du, was ich sag? Sie erledigen den Chef und die anderen hauen ab. Das ist der Trick. Was haben wir hier? Haben wir hier nix? Da hinten sind noch welche. Aber ich glaub, die kommen eh auf mich zu. Also, es ist jetzt nicht so tragisch. Ich muss jetzt nicht wirklich zu tun hin. Und so. Er läuft schon. Gut. Ich will wissen, was das... Ah, Gefangener! Warte, ich müsste jetzt erst erledigen, oder? Kann man reden? Da will ich reden. Haben sie dir die Zunge entfernt? Warte, da ist eine Ruhe. Du bleibst da mal schön drinnen, gell? Ich guck mich nur mal um. Okay. Rüstung wäre sexy, wenn ich eine Rüstung kriegen würde. Soll ich dich jetzt befreien, oder soll ich dir als erstes nacken? Aber ich seh grad, ich kann. Da hinten ist ein Pferd. Wir gucken mal kurz. Wir gucken uns mal um, und dann holen wir den noch hier raus, ne? Du Pferd. Aufsitzen. Das ist nicht mehr meins. Ist jetzt mich aber... Ob er den auch plötzlich nennt? Oder habe ich das jetzt so... Ist das so ein Ding, Trick, Dingensda? Dass das jetzt mein Pferd ist. Aber plötzlich ist es so cool, oder? Kann ich alles vom Pferd aus machen? Ne. Okay, geh weg. Es verschwindet. Okay, gut. Ist doch nicht meins. Okay, öffnen wir. Verschlossen. Schlüssel benötigt. Okay, ich muss die anderen killen. Verdammt, ich dachte, das wäre einfach easy. Gut, wo sind die da hinten? Eins, zwei, drei, vier. Das sind doch nicht alle, hä. Sind das so viele gewesen? Fünf? Wirklich? Was jetzt, du Stück Dreck? Ne, wilder Hund. Tschüss. Tschüss. Ja, Hunde, ich will dir ja nichts tun, aber... Du bist einfach hier und... ...willst mich sicher fressen. Hast mich zum Fressen gern. Ja, wo sind dann die Leute? Verdammt. Da sind jetzt nur die wilden Hunde. Nein, nein, spinn jetzt nicht. So, wo sind denn die? Das Problem ist, ich finde den Typen sonst nicht mehr. Ich darf nicht zu weit weg gehen. Habe ich das Spiel ruiniert? Hm. Das könnte mir natürlich passiert sein, dass ich das getan habe. Das ist blöd. Das ist leider blöd. Ich denke, ich habe es kaputt gemacht. Na gut, dort ist ja wurscht. Dann speichern wir halt, ist ja wurscht. Ich werde das ja sicher nicht nochmal machen. Ich habe den Stufen 10 Typen erledigt. Läuft. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher.